Sehr schön gerettet. In der Zwischenzeit. The Secret. Er, yes, sir. What? What is it? Out with it? Well, it's just that some of the crew have been talking. Tell me already! The feeling is that The Secret is not really a team goal. It's been suggested that you think that securing The Secret will help you to win over Elaine Marley, which, well, frankly sounds kind of deluded. It's not realistic, sir. You are not to mention Elaine in my presence and do not presume to know what I am thinking. Sorry, Captain. This will be the last time I bring it up. Yes, it will be. Gut, schnell weg hier von dieser Insel. Hm, looks like they filled in the secret tunnel to the ice quarry after our escape. Okay, stand here. It's sad to see the shipyard like this. Where could it just hang out? Have they been locked in again? Or... Where is it going now? I come here again... To... To lay... Hi. Hi. Guy Brush? Yes? Did you... Did you maybe take something, that you shouldn't have taken? I don't know what you're talking about. I see. Love you. You too. Okay. I hear these can help prevent scurvy. You heard right. You still have to take the fire in the sea. It's going to be over here. You have to take the fire in the sea. Oh my God. Oh my God. This will be over here. Oh my God. And I was going to take the fire in the sea. Es ist einer der schönsten Schlüsse, die ich je gesehen habe. Eins, zwei, drei, vier. Ah ja, fünf sind es die wir brauchen. Der fünfte muss hier auf dieser Insel irgendwie sein. Death waits for all who enter. I'd turn back if I were Yee. Ich sete noch ein Tor, ich komme mit der Duis. Hmm. This key doesn't fit. 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 Hmm. The serial numbers have long since rusted away. Können wir irgendetwas machen, was die... Was das wieder eintrostet. Und irgendwas zum zurückrosten. Und was uns helfen könnte... Hmm. Ich habe es mit Locken gehabt. Okay, wie kommen wir da jetzt lang? Ich denke, es ist aus der Juice. Hmm. Wie kommen wir die Zahnbürste anspitzen? Das ist eine große Welt. Ich bin sicher, dass ich das bald eine Use finden werde. Es wird schwierig, die Flora aus der Fauna zu erzählen. Es ist schwer, dass die Schlüsselnummern wäre. Es ist kein solches Ding, als ein Mann, die eine Muschrom zu essen. Genau? Ich kümmere damit. Sieht hier fast wie ein Schlüssel raus. Was auch immer es ist, ich glaube nicht, dass es mich herum will. Ich kümmere mal zum Schlüsselmeister gehen damit. Das wäre eine Idee. Willkommen zurück. Hallo. Ich habe ein Zeichen gefunden, das sagt XYZZY, das schützt die Locke auf einer Garten auf Terror Island. Willst du wissen, dass das etwas über das ist? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, als ich ein kleiner Mädchen war, meine Eltern haben etwas Arbeit gemacht, für einen Mann, der dort eine Kaffee zu essen hat. Aber er ging auf Terror Island und kam nie zurück. Aha. Ist das vielleicht der beste Schlüssel, der uns helfen kann? Tja. Das hat uns jetzt nicht gerade sehr weiter geholfen. Tja, das hat uns jetzt nicht gerade sehr weiter geholfen. Ich muss nicht unbedingt den Weg finden. Tja, die hier noch mal ausgeführt wurde. Tja, das hat auch immer geholfen. Tja, das war eine Kusskarte. Tja, das ist immer noch geschlossen. Es scheint, dass sie in der Kusskarte geholfen wurden. Eine Christkarte. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Wie viele Fenster sind im Haus der Gouverneuren beleuchtet? Jetzt gerade oder unter eins? Können wir hin und nach gucken? Eigentlich alle, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich glaube da kommen keine Zahlen. Acht Scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebenzehn, achtzehn. Ich zähle achtzehn. Okay. Wie unnötig. Wo wir gerade mal her sind. Oh, eine Christkarte. Am Ende von Monkey Island 1 wurde der Chuck besiegt mit... ...Sprengstoff, Bekleidungs... ...Beleidigungsfechten... ...Malzbier. Das weiß man doch. Okay, vielleicht weiß keiner irgendwas. Herr Wyland. Ich habe wirklich nichts zu sagen. Wir lieben nur, das zu tun. Oh, nein. Wir lieben auch nicht. Aber ich bin beschäftigt diese Tage. Gouverneur-Staff. Ich muss das Buch zurückgeben, das habe ich erst gekauft. Da hat es andere Duschen abgegeben. Dass es konfisziert wurde. Das ist ein Museum. The light's off. Looks like they're closed. Schön gläsen. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Da ging es lang, viele Stunden später. Den Fleck der Schande noch mal begutachten. Die armen Tierchen. Vielleicht können wir hier mal gucken. Ich suche nur noch in der Stan, um ihm seine Zahnbürste nicht zurückzugeben. Wer könnte das tun? Ich denke, Lechuk. Obviamente. Wally! Wally! Can you hear me? Are you okay? I guess he's not here. And he's probably not okay. Wally! Can you hear me? Are you okay? I guess he's not here. He's probably not okay. Who could have done this? I guess Lechuk. Obviously. This is all that's left of Wally's standard sized maps, globe, odd sized maps, and boxes of other maps. Who could have done this? Hmm. I guess Lechuk. I guess Lechuk. These maps were Wally's life's work. At least I assume so. Yeah. Do you want to smell? That was such a nice sign. Hello? Hmm. It's not like her to leave the place unlocked. Also I smell brimstone and beard oil. Lechuk's been here. And that magical glow on the safe is new. I bet that's his work. Unless it's Captain Lila. So. I don't know what this glow means, but I bet it means Lechuk. Or Madison. Either way, I'd better find the keys soon. Okay. So. Hey. We have to see the key. We can't see the Lila. We can't see. We can't see it. In this Aleph. Willkommen zurück. Naya! Du bist meine, Goldene Keys. Ich sehe, dass jeder in diesem Porträt hat schöne Locken. Wenn du musst, dann mach einen guten. Du wirst ein schönes Paret. Und auch Vicious. Aber es war meine Mutter. Was hast du noch mal dazu gesagt? Ich habe ein Zeichen gefunden, das heißt XYZZY, die die Locken auf einem Garten auf Terrorisland. Wollt ihr etwas über das? Ich erinnere mich, als ich eine kleine Mädchen war, habe meine Eltern gearbeitet für einen Mann, der dort eine Kaffee aufbaut. Aber er ging auf Terrorisland und kam nie zurück. Das klingt nach einem Code. Irgendwie jemanden. Wir haben eine Tastenkommission, die jemanden vorigen geben muss. Hm. Okay, jetzt nicht. XYZZY XYZZY Ich habe es mit Locken gemacht. Ich habe es mit Locken gemacht. Wie sollen wir da jemals reinkommen? Wie sollen wir da jemals reinkommen? Ich habe keine Idee. Es wird schwer, die Flora aus der Fauna zu erzählen. Ja. Im Menü ist nicht zufällig. Was aufgetaucht, wo wir jetzt rein tippen sollen. Hier waren wir schon gar nicht mehr. Ja. Ich versuche es mal hier bei dir. Tschüss. Hast du noch das neue Buch geteilt? Nein. So weit wie ich kann kann, hat es kein Ende. Es ist fantastisch. Halt da, Bob. Es ist noch nicht lustig. Ich denke, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Tja. Ja. Kannst du mit dem Messer streicheln? Ich bin schon mal. Ich bin mit dem Messer, wo die, wo die, wo die, wo die mir sein soll. Das kannst du mit dem Messer zurückgehen. Ich bin mit dem Messer in M parem. Wenn du siehst. Du kannst du nicht mehr so. Und, wenn du den Messer in M parem machen. Vielleicht gehts in der Jacks Cabine irgendwie in den Bestauf. Ne, nicht wirklich. Tja... Tja... Den goldenen Schlüsse von Terror einen erhalten. Ich bin raslos. Tja... In der Grotze irgendwas. Sieht nicht dann aus. Nur ein Totend. Sieht ein bisschen schrecklich, wenn du über das zu viel denkst. Es ist nicht einer der goldenen Schlüsse, aber irgendeine Schlüsse ist eine gute Schlüsse. Oh. Ja, und das wäre mal ein gutes Ding. Der Schlüsse. Der könnte gut sein. Der könnte vielleicht hier reinpassen. Unter Umständen. Es ist nicht ein Skeletons Schlüsse, aber ich finde es in einem Skeletons Schlüsse. Als ob. Es passt. Dann mal rein hier. Okay, wir haben eine Laterne mit. Die Augen verpflichtigen sich. Entschuldigung. 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 Oha. Etwas. Wir sind... Das ist ein X-Marchiertes. Und ein Wanderblend. Was hat uns jetzt noch gefehlt? da ist nix wie sollen wir so durch die Höhle durchkommen was da beginnt dann schaffen hier ist nix ah ja ok oh scheiße man ich wollte gerade das schild dort lesen stand wahrscheinlich tiefer abgrund ach wen haben wir denn da oh wie ist es dir gegangen bist du schon seit langer zeit in dieser Höhle ich suche nach einem goldenen Schlüssel wie kommt man aus diesem Ort heraus ich glaube ich schaue mich mal um wie ist es wie ist es wie ist es habe ich bin in diese cave sehr lange ja nicht in geologic terms als ein percentage der total jungen 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 Hm. Ah, ja. Hm. Oh, Hermann. I think I'll have a look around. I'll be here when you finish the grand tour. I wouldn't climb that if I were you. The loud scorpions live up that way. Ever since they eat all the giant spiders. Of course, the spiders only came around to eat all the eel worms and Megapedes. Ah, yeah. Oh, endgörner Schlüssel. Now touching! Sein Schatz. Mein Schatz. Hold on. Um. That's a golden key! Maybe it's mine. You were hunting for the keys too. That's how you got stuck here. Is it? I suppose that would make sense. Let's make a deal for the key. I'm pretty sure I wanted it for a reason, but a decade or so in a dark cave can do funny things to your memory. So, get me out of here and then I'll let you have the key! Okay, we clean you in your house. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? Nein! Wenn du mir die Schlüssel hast, dann werde ich dir aus der Schlüssel geteilt. Das ist gut. Als es erstes ist, die Schlüssel zu entfernen. Es muss erst sein, dann 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 zu entfernen. Ich habe die Schlüssel ist für das größere Worte. Für das größere Worte von dir sicherlich. Gib mir die Schlüssel schon. Jetzt! Gib mir die Schlüssel! Jetzt! Gib mir die Schlüssel! Oops! Ich bin bereit, zu sehen, wie wir uns jetzt rauskommen. Das ist die letzte Schlüssel. Voodoo Shop, hier bin ich. Ja, toll. Und nun? Willst du eine Schlüssel hören? Ich glaube, da hinten hieß es irgendwie weiter. Ähm. Reginald hat die Schlüssel vermischt. Und er hat seinen... X, Y, Z, Z, Y. Aha. Na ja, das war nicht so schwer. Auch, wahrscheinlich ist das Worte magisch. Was passiert mit Mr. Toothrott? Wann? Habt ihr ihn aus der Kaffee? Wie hast du es gemacht? Das ist nicht Teil dieser Geschichte. Oh. Okay. Tja. So kann man es auch machen. So, da haben wir mal alle Schlüsse. Das müssen wir nur noch... Zurich zum Voodoo laden. Und dort... Das ist gar nicht mehr geändert. Lüften. Es wird schwer zu sagen. Ähm. Es ist kein solches Ding wie ein Mann, die eine Muschrone. Was kann da jetzt noch im Weg stehen? Was kann man es da noch hoffen? Es kann ja nichts mehr schief gehen. Wir haben hier einen Schlüssel. Es kann ja... Sie müssen es ja schaffen. Was kann es da noch hoffen? Das ist richtig, Kapitän. Wir haben nur die letzte. Sprecher, zuerst um die Melee Island zu setzen. Was ist mit meinem Spell? Es ist fast bereit. Ich bin sicher, dass ich es später etwas dazu finden werde. Ich bin Angst, dass ich dich aber auch für dich sagen könnte. Awww. Du bekommst mich? Ich bin derjenige, der das tut. Aber ich respektiere die Talent und andere Menschen. Okay, während sie kämpfen... ...wenn wir uns der... ...Skammes holen. Sehr schön. Sofort nach Melee. Zurück. Bevor Lech hat sich das Skammes holen können. Was redest du mit dir? Ihr habt es an称werfen? Untertitelung. Es ist nicht mehr als, was ihr habt ihr. Was schreibt. Oder oder? Ich bin nicht mehr als, was ihr habt. Es ist nicht mehr als, was ihr habt ihr habt.